Hollerö, meine lieben Freunde Was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge oder Aufnahmesession von Oxmas 3 Unchained mit Cam diesmal Hollerö Und Nitschke Hi Hollerö, meine lieben Freunde Hollerö Meine lieben Freunde Hollerö, meine lieben Freunde Meine Butterblümchen Hollerö, meine lieben Butterblümchen Hollerö Alter, fängt schon wieder gut an Ich weiß aber, wie wir dieses mit den Zeitproblemen jetzt immer hinkriegen Wie denn? Du musst einfach, statt wie wir das gemacht haben Ein bisschen nach hinten zu bauen Musst du direkt vorne an den Eingängen Basteln, wie son will Das wollte ich ja eh mal machen Aber du hast immer Nein gesagt Ja, genau Du hast immer gesagt, nee, nicht vorne bauen, das ist unnötig Ja, guck in der Aufnahme, Alter Ich weiß nicht mehr, in welchem Level Aber nirgendwo, im Level Hast du gesagt Nee, lass mal hinten bauen Kannst du mal connecten, Alter? Ich warte schon, bis 10 Minuten Bin dabei Okay, wollen wir so machen, wie wir es geplant haben? Okay, erst mal die Böde Okay Ach ja So, ähm Hier können wir nicht bauen Oh Gut dann hier Okay, alles vollbauen, einfach alles vollbauen Obwohl die hinten müssen wir in der Ecke nicht, ne? Ja, da gehen die ja genau, da hinten gehen die nicht halt lang Das ist vier So? Dann werde ich hier schon mal Guardian placen Ja, mach Und ich mach mal Dizwischen So ein Ding hin Mach das mal hier hin, wo ich stehe Mach das hier mal hin Ich glaube, da ist besser Da laufen, glaube ich, mehr lang Ready Let's go Können wir die hier schon abballern, ja, ne? Ja, die kannst du hier schon abballern Das ist dumm, was wir hier nicht bauen können, ey Ja, gut, das wär Oder können wir hier vorne doch bauen? Nein, können wir müssen Können die halt hier schnackbarer Okay Er ist halt easy dann, ne? Ja Und Hichka ist mittlerweile schon Level 9, weil der Offscreen halt schon alleine weitergezockt hat Der Arsch Hi Der Spacki Ja, wir müssen ja auch Pro Player hier Müsst ja auch Wenn du das nicht machst, mach ich das Ich war halt nicht zu Hause Ich war halt nicht zu Hause Ja, außerdem, ich hab sowieso immer noch einen Charm, deswegen, also bloß mit Rushing ist das jetzt nicht Naja, du hast ein neues Level Ja Wow Huh Okay Easy Dammel den Blitz hier ein Dammel den Blitz ein Ja, ich bin voll mit Blitz Loll, du auch? Ja Das ging ja schnell Können wir hier vorne planten? Ne Plant nix, plant nix, plant nix Gar nichts? Wirklich? Nein, weil nächste Runde kommen die von der rechten Seite auch Da brauchen wir Geld, um das zuzubauen Okay Ja, stimmt, hast recht Hast du recht mein Schnuggi-Butti Hast du recht mein Schnuggi-Butti? Ja Willst du eigentlich auch immer das gleiche auf, wenn du leveln kannst? Ja Weil es auch die besten Sachen sind halt Ja, glaub ich auch irgendwie Glaub ich auch irgendwie Glaub ich auch irgendwie das Gefühl Loll, hat er sich grad gebet? Hast du grad gesehen, wie er hier rumgedanced ist? Ja, lol Loll Ja, von den Bogenschützen musst du auch passen, Alter Die sind so nervig, Alter So heavy So, ich geh schon mal nach rechts und bau da n bisschen Ja, soll ich hier weiter machen? Äh, nee, ich brauche jetzt nur das jetzt hier mitbauen Ach, von hier, ah nee, von hier kommen keine, ne? Ne Gut, äh, wollen wir das jetzt zu wohnen, ja, ne? Sagen wir das zu wohnen Dass die dann hier durchgehen Ja, genau Ja, okay Dann bau ich hier zu Okay, bau du mal da hin Ne, ich kann da jetzt nicht bauen Ach, die müssen hier durchkommen Ja, ernsthaft Ah, okay, dann lass die Barrikade hau ich wieder weg Dann lass sie hier dann nicht Lang rennen Dann mach mal hier nen Guardian hin Mach ich? Ja, mach ich Ähm Hier können wir nichts bauen Doch, hier Die Wand Ja, pass auf Dann machen wir das so, die laufen Ah, hier hinten können wir auch was bauen Guck mal her, komm mal her Da können wir auch Dann machen wir das so, das... Aber ich hab kein Geld mehr Pass auf, du machst den hier und ich geh... Weil das ist ja dein Guardian auch, ne? Dann geh ich zu dem anderen, zu meinem Guardian So, kann ich das wieder weghauen? Ah, ne, scheiße, oh, die Wand ist schon da Äh, soll ich denn hier noch... Ne, ich hau hier keinen Guardian mehr hin Ne, du hast doch da schon einen stehen Ne, du hast doch da schon einen stehen Ja, aber noch einen so Hier vorne ist noch ein Spot Ne, einer reicht ja erstmal Den zweiten müssen wir uns für spätere Positionen aufhören Oh leu, hier sind die Pettys, alter Ja, die können ja auch Ja kommt ihr Pettys, ja kommt Ja sprint du doch nicht so Was ist denn mit dir? Ich seh das Leben von denen nicht, ah jetzt, okay Diese scheiß Bogies, alter, die sind so nervig, ne? Äh, bei mir sind sie nicht mehr zum Guardian gekommen So Ja, bei mir auch nicht Ich blende hier nochmal ein bisschen was weiter, ne? Äh, ja, ich muss auch jetzt mal zusehen, dass ich hier ein bisschen was... Habe ich jetzt gelernt? Ja, kann ich nicht Okay Ja, da aber nicht, scheiße Na da aber Äh, nächste Wave kommen sie auch oben links, ne? Ja, aber nächstes Jahr haben wir wieder Zeit zu bauen halt Dann musst du dann dort mit hinkommen und dann... Ja, klar, klar Müssen wir mal gucken, ob wir da irgendwas zubauen können oder so Aber ich glaub auch nicht, ne? Nee Mann Das ist halt meine 3 am Lapp, ne? Kriegen wir aber auch hin Also ich wüsste, wie man das hinkriegen könnte, easy Ja? Ja Ja Ja, dann erklärst du es mir gleich noch Das machen wir dann einfach so, dass halt Entweder wir machen das beide, das können wir dann halt entscheiden Dass dann Ich da hinten hier Also, dass wir halt auf eine Lane gehen jeweils Ja? Ja, wir müssen jetzt nämlich auf alle Lanes verteidigen Ja, ich glaub dann Warte mal, können wir hier zubauen? Ja, pass auf, wir machen das so Hier laufen die eh nicht lang, ne? Ne, pass auf, wir machen das jetzt so Wir bauen da auch nochmal was hin, ordentlich Ja Und dann mach ich das, dann mach ich das so, dass ich Eine Lane verteidige Ne Hier unten Hier unten Dann mach ich das so, dass ich eine Lane verteidige Dieses V benutze Diesen Blitz, weißt du Damit ich extra Schaden mache Und dann geht das schnell Okay Dann knall ich hier nämlich ein Guardian an Machst du? Okay, ja, sonst hätte ich gesagt, ich mach ein Guardian, aber okay Ja, ist halt egal Zack Ja, mehr kann ich nicht hauen Ja, ich bin auch fertig Geh das? Ich geh wieder zurück, ne? Ja, ja, geh du auf deine Lane zurück Und dann... Hier oben hast du auch, hier oben hast du auch eine Steinfalle Alles klar Oh Oh, ne, doch, okay, auf allen Meinst du, schaffst du das alles? Ja, schaffe ich Weil die kommen da auch schon relativ nah, ne? Vor allem, wenn ich so gucke, was hier so alles kommt Das sind einfach, das sind alles nur irgendwie von den kleinen Runner Minions Okay Also keine, die groß Schaden machen Ein Guardian ist zum Glück auch noch da Jetzt kann ich auch gleich noch ein Guardian planten Noch einen weiter hinten planten Noch einen weiter hinten planten Ja, jetzt Du musst aufpassen bei diesen Runner Dingern halt, die sind fies Ja, bisher ist keiner durchgekommen, bei mir auch nicht Planten ist gesaved Ja, der Guardian hat, der Guardian hat selber geregelt Ja, hab ich gesehen Sehr geil Naja, da müssen wir, aber ich werde dir noch ein bisschen Bonus in den Klatsch, beziehungsweise als Absicherung hier hinter was Ja Komm wieder von jeder Lane? Ja, Final Wave sogar Okay, ne, dann muss ich da, dann muss ich das, ey Komm, wo kommt der Boss? Äh, Mitte Dann benutze dieses, falls du hast, dieses Blitzding Das hab ich grad hier genutzt Hä? Hab ich grad hier genutzt, aber ich Ähm Ich lauf mal zurück, ne? Weil ich hab jetzt rechts nur noch ein paar und die sind halt gleich down durch Naja, okay, wenn du sagst, dass der das reinfällt Ja, mein Guardian packt das In Not können wir ja hinwenden Hey, ich bin auch durch, ich bin auch durch Ja, wir haben den Guardian, äh, den Dings, den Betten Den Den Boss Ja, aber dein, guck mal, dein Dings hat einen durchgelassen Nee Loll, der ist doch noch weggegangen Ja, klar Der war ganz schön weit, nämlich schon deswegen Ja, der Guardian hat noch geregelt Haben wir vom Sterne kommen Bier, dein Ernst? Ja, Time wieder Ja, wir haben es doch diesmal relativ schnell hinbekommen eigentlich Oder, ich weiß nicht Oder haben wir doch wen durchgelassen? I don't know Nee, Zeit Auch nicht gerade Also war, äh, hier 18 Sekunden Oh Knappe Sache, Alter Ich bin Level 7, uh Level, Level 10 Wie nennen wir unseren Clan denn? Unsere Gilde? Soll ich eine Gilde erstellen? Ja, wie nennen wir sie? Keine Ahnung WannaEat So wie bei LOL damals Gott, ey, warum wir das gemacht haben, weiß auch keine Sau Wegen WannaEat und dann Pooh als Clan-Tag Hatten wir bei LOL Okay WannaEat Pooh, weißt du? Ha, voll witzig Da muss ich fast lachen, Alter Geil, ich kann meine Barrels upgraden, rein theoretisch So, Moment Goulds Create a Gould Gould Das kostet 1000 Skulls Ja, du hast die Skulls Du kannst uns noch warten, dann geb ich die 1000 aus, das ist mir eigentlich Wayne Ja, dann gib du die mal aus Ja, das ist okay Ja, wenn du die Skulls anbietest